Hola und willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal ein Video vom Fußball-Nerd an die 20 krassesten Paraden im Fußball. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange drumherum und gehen rein ins Video. Wenn ihr mehr Reaction sehen wollt, schreibt gerne ein paar Vorschläge unten in die Kommentare. Lasst ein Like auf dem Video und da und jetzt, let's go! Hier sind 20 unglaubliche Rettungsaktionen von Verteidigern, Torhütern und einem Betreuer. Toll. Also ich möchte auf jeden Fall Boateng 2014 dort sehen. Ich meine, 2014 dürfte es gewesen sein, Kyle Walker. Und dann die eine Doppelparade von dem Feldspieler. Sollte sie kommen, dann sage ich es nochmal. Und ne Klassüle, wenn das da schon war. Aber zuerst müssen wir über diesen unglaublichen Rettungstag von Manchester City-Spieler John Stones beim Spiel gegen Liverpool sprechen. Ja. Ey, du musst dir mal überlegen. Du musst dir mal überlegen, also das ist ja schon eine reine Ping-Pong-Aktion hier, ne? Aber. Seinen eigenen Torwart an. Und das war erst unsere Nummer 20. Macht euch bereit für weitere verrückte Rettungsaktionen. Für unsere Nummer 19 geht es nach Portugal. EM 2004. Wir sind beim Gruppenspiel der Schweiz gegen Kroatien. Es stand 0 zu 0. Und plötzlich das. Oh, yo. Vorwart Jörg Stihl schätzte den langen Ball falsch ein und stoppte diesen dann am Boden liegend mit dem Kopf. Nicht so spektakulär wie unsere Nummer 20. Aber ein extrem lustiger Anblick. Oh, und Luis Suárez muss natürlich auch noch kommen mit seiner Art Parade 2010 gegen Ghana. 19 hingegen ist der absolute Wahnsinn. Wir sind in der Premier League. Arsenal gegen Aston Villa im Jahr 2009. Und bei Arsenal spielten damals so einige Weltklasse-Spieler. William Galas, Cesc Fabregas, Robin van Persie. Doch in diesem Spiel war Bakary Sanja der Mann des Tages. Boah! Was für eine Rettungstat. Ey, so hoch muss er erst mal kommen, ne? Der muss sich da quer in die Luft legen, ansonsten erwischt er den nicht. Und auch Matthijs Delicht zeigt uns eine unglaubliche Rettungstat in der letzten Saison. Ja, der lebt auch stark. Zack. Er kratzte den Ball in letzter Sekunde von der Linie, nachdem Torwart Jan Sommer einen Blackout gegen PSG hatte. Und wie revanchierte sich Sommer? Er lieferte Delicht einen Laster voller Schokolade. Wir bleiben in Deutschland für unsere Nummer 16. DFB-Pokal-Halbfinale 2017. Und die beiden Giganten in Deutschland treffen aufeinander. Der Titelverteidiger FC Bayern gegen Dortmund. Es ist die 19. Minute. Ja. Dortmund mit der Führung. Doch dann schlug Bayern zweimal zu. Der starke Martínez. Marie Hummels. Und dann in der 63. Minute. Levantowski. Robben, die ganz große Schuhe. Oh, Wahnsinn. Sven Bender mit einer... Legende, dieser Bender. ...unglaublichen Szene gegen Robben. Das wäre das 3 zu 1 gewesen. Und Dortmund wäre so gut wie sicher ausgeschieden. Und dann in der 69. Minute. Der Flanke für Aubameyang. Aubameyang traf zum Ausgleich. Und Dembélé erzielte ein paar Minuten später das Siegtor. Dembélé. Und Dembélé. Dortmund zog ins Finale ein. Und gewann den Pokal. Merkt schon, der Kollege ist scheinbar nicht der größte Bayern-Sympathis. hat designt, wenn er das doch mal so ausführlich in einem 20 krassen, krasse Paraden im Fußball-Video so in die Länge zieht. Alles dank dieser unglaublichen Aktion. Wir wechseln Kontinent und gehen in die USA. New York Red Bull spielte gegen LA Galaxy. Okay. Tim kratzte den Ball im letzten Moment von der Linie. Ja, da hätte man den Ball durchaus fest erschießen können, Mr. Donovan. Wir gehen ins Jahr 2021. WM-Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Portugal. Es stand 2 zu 2. Und wir sind in den letzten Minuten des Spiels. Boah, Leute, das muss ja wirklich last second save sein. Ja. Ah, das war doch das Skandal-Ding, ne? Ja. Ey, das war doch das Skandal-Ding. Der Ball war doch eigentlich drin. Ronaldo hat den doch gemacht. Wow, das war knapp. Das Spiel endete unentschieden. Das war nicht knapp, der Ball war drin. Da gab es gar keine Diskussion. Das hat man ganz klar gesehen in der Wiederholung. Und Ronaldo war sichtlich angefressen. Ich meine, zu Recht. Denn wie Bilder nach dem Spiel zeigten, war der Ball wahrscheinlich im vollen Umfang über der Linie. Aber nachdem die Torlinien-Technologie hier nicht zum Einsatz kam, werden wir es nie erfahren. Unsere nächste... Ja, Bro, dann nimm doch sowas nicht mit rein. Also, wenn das klar ist, dass das ein Tor ist, dann ist es ja auch keine Parade in dem Sinne. Rettungstat ist jedoch weniger umstritten. Ja, das... Ich verstehe gar nicht, warum so eine Szene überhaupt jemals stattgefunden hat. Also, holy shit, wie krass musste denn sein, als Prowart einfach sowas rauszuhauen. Und blup. Der... Wirklich. Mit zwei unglaublichen Paraden in der Champions-League-Gruppenphase. Half aber alles nichts, Lyon verlor trotzdem das Spiel. Wir gehen ins Jahr 2013 nach Brasilien. Eine ganze Nation konnte es kaum mehr warten, im nächsten Jahr die Weltmeisterschaft im eigenen Land zu sehen. Aber zuerst spielte man im Conflict Cup. Bumm, marschierte bis ins Finale. Dort ging es gegen Spanien. Und es ging gut los. 1 zu 0 durch Fred. Doch dann in der 40. Minute... David Luiz mit einer Grätsche in letzter Sekunde. Überragend. Brasilien gewann und versank dann ein Jahr später in Tränen. Und wenn ihr mich nicht zum Beinen bringen wollt, dann abonniert uns. Wir gehen ins Jahr 2016. Europameisterschaft in Frankreich. Und im Viertelfinale ging es für den amtierenden Weltmeister Deutschland gegen Italien. Ein Spiel mit guten Chancen. War das das mit Urhege? Ah ja, genau. Bams. Alessandro Florenzi mit einem Kick, auf den die Schaulienmönche stolz wären. Das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Oh naja. Wer erinnert sich nicht an diesen Elfmeter von Sasa? Und dann kam Jonas Hector. Wir bleiben bei der Euro 2016. Im ersten Spiel ging es für Deutschland gegen die Ukraine. Und es ging gut los. Doch dann eine gefährliche Aktion der Ukrainer. Oh, da heißt es da. Und zack. Genau die Szene meinte ich. Das ging in letzter Sekunde weg, bevor er selbst ins Tor fällt. Aber ich sag's euch. Kein Vergleich zu unserem Top 3. Unsere Nummer 9 war beim Spiel Liverpool gegen Man City. Und es sah so aus, als würde Mo Salah einen schönen Kopfball-Lupfer machen. Aber einer versaut ihm das Ganze. Ja, das war übrigens auch die andere Szene. Also Boateng, Walker wollte ich beide drin haben. Und gerade eben wurde die dritte Szene schon gespoilert, die ich sehen möchte in dem Video. Bam. Kein Walker so gut. Und Walker war sich mit allem, was er hatte dagegen. Was für eine Parade. Im Elfmeterschießen besiegte City Liverpool mit 5 zu 4. Alles auch, dank dieser Glanztat. Und wir bleiben in England. Fulham spielte gegen Burnley. Und bei Fulham spielte ein alter Bekannter aus Deutschland. Luis Holpe. Oh, es ist auf der Liste. Oh no. Matthew Lowtown in letzter Sekunde. Und wie knapp das Ganze war, zeigt diese Animation. Das sind wirklich Millimeter. Und für jeden Fußballer ist es ein Traum, im Champions League-Finale zu stehen. Und im Jahr 2013 ging dieser Traum für zwei deutsche Teams in Erfüllung. Bayern. War das Subotic, der das Ding geklärt hat? Das war ein hart umkämpftes Spiel und es stand 1 zu 1. Doch dann. Ja, ne, Subotic. Ne, Hummels, Leute. Neben Subotic. Äh, doch, Subotic. Was ist los mit mir? Alter, ich habe nur die Jahre gesehen. Ich habe gedacht, ne, er hätte auch Hummels sein können. Aber klar, Subotic und Robben. Unvergessen. Und verhinderte ein Tor von Arjen Robben. Wie wir aber alle wissen, machte der dann kurz vor Schluss noch sein Tor. Die Aktion von Subotic war trotzdem der Hammer. Und jetzt zu... Werde ich nie vergessen, wie ein paar Tage später ich mit meinen Eltern damals meine Oma besucht haben. Und meine Oma so gemeint hat, wie krass sie sich für Robben gefreut hat. Der hat das ganze Spiel über so geackert und endlich hat er seinen Tor geschossen. Meine Oma, die by the way kein Fußballfan ist, mit der Sache gar nichts am Hut hatte. Aber das halt einfach verfolgt hat. Und mein Vater und ich, beide massivst auf Dortmunder Seite. Die haben dann einstimmig beschlossen, ne, wir reden nie wieder mit ihr. Also das war wirklich... Da hat was gekribbelt. Da hätte ein guter Familienstreit ausbrechen können, du. Eine der besten Rettungsaktionen eines Torwarts. Derby in England. Manchester City spielte gegen Manchester United. Es waren die letzten Sekunden zu spielen und City lag 0 zu 1 hinten. Also wollte der Torhüter Joe Hart helfen, ein Tor zu erzielen. Doch dann verlor sein Team den Ball. Usain Bolt wäre stolz auf ihn gewesen. Das war ein guter 60 Meter Vollsprint. Jetzt auf in ein Land, das eher bekannt ist für Surfen. Australien. Doch beim Spiel von Melbourne City sahen wir diese Wahnsinns-Rettungstat. Das lernen wir daraus niemals aufgeben. Das ist besonders wichtig, wenn man gegen Ronaldo spielte. Den zu stoppen war ja ziemlich schwer. Stefan Savic brummte danach wahrscheinlich der Kopf. Wir haben es geschafft. Wir sind in den Top 3 angekommen. Und für diese Rettungstat geht es zurück in die Bundesliga. Wir sind im Jahr 2019. Und Serienmeister Bayern spielte bei Gladbach. Es stand 0 zu 0. Und wir sind in der 27. Spielminute. Ja. Jan Sommer mit der... Der goldene Mittelfinger. Da sind ja dann die Verkaufszahlen von den Handschuhen explodiert danach. Weil Jan Sommer gemeint hat, Digga, wie geil sind eigentlich die Handschuhe. ...einer unglaublichen Rettungstat. Wie knapp das Ganze war, zeigt diese Animation. Und dann in der Nachspielzeit auch noch das. Gladbach gewahr mit 2 zu 1 das Spiel und übernahm die Tabellenführung. Und noch am Ende der Saison jubelten die Bayern. Und unsere Nummer 2. Ja, die ist alles spektakulär, verwirrend, aber vor allem ziemlich lustig. Wir sind im holländischen Cup. Es ist bereits die 90. Minute und es steht 1 zu 1. Oh, lol. Oh mein Gott. Der Treuer der Mannschaft verbringt den Treffer. Unglaublich. Kein Wunder, dass die gegnerischen Spieler sauer waren. Ja, was macht man da jetzt also als Schiedsrichter? So eine Situation kommt ja nicht so häufig vor. Aber es gab Schiedsrichterbein. Nein. Oh Gott sei Dank ist er drin gelandet. Was wäre das für eine assige Aktion gewesen, wenn das kein Tor wird. Das Team machte ein Tor, was auf jeden Fall verdient war. Und gewann das Spiel mit 2 zu 1. Und jetzt zu einer der besten Rettungsaktionen im Fußball. Und das ist Real Talk. Das ist die dritte Aktion, die ich am Anfang angesprochen habe. Die ich hier gerne drin sehen wollen würde. Und sie ist einfach auf Rang 1 gelandet. Stark. Ja. Verteidiger Evgeny Scheranoff kratzte den Ball Millimeter vor der Linie weg und wirft sich dann noch mit allem, was er hatte in den Schuss. Und wenn ihr weitere unglaubliche Momente sehen wollt... Ey, nee, stark. Link zum Video und zum Kanal sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Kriegt auf jeden Fall ein Like. Und Fußball-Nut habe ich auch noch nie abonniert. Ich glaube, das wird mal Zeit. Da kann man sich gerne mal ein paar andere Videos noch reinziehen. Und in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo. Da lasst uns ansonsten Vorschläge unten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaft schönen Tag. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Fantastisch. Untertitelung. BR 2018